Red Bull, Shisha-Kohle, Kippe vor Berufsschule, Doppelapfel. Ali hat alles mies konsumiert, aber als Frankfurt den Bruder am meisten brauchte, hatte er einen Termin beim Arbeitsamt. Ja, aber er ging da nicht hin. Er chillt bei Hamza seine Shisha-Bahn mit einer Red Bull Summer Edition. Ali, die Shisha-Kohle geht bald aus. Gönn mal, Bruder. Prost, Bruder. Aber Habibi, Jason fordert dich heraus. Er chillt am Frankfurter Hauptbahnhof und seine Eltern sind Geschwister. Weiß Bescheid, Bruder, dann bändige ich mal seine Ehre auf Gott los. Ja, du mich auch, Köpek. Was kannst du so bändigen, Bruder? Bruder, ist ein Monster-Energy-Bändiger? Bruder, richtiger Lappen, dann bändige ich mal auf Gott los diese Kippe, Mann. Yo, was ist passiert? Was mit dem? Das war zu viel für ihn, Bruder. Hab ich gewonnen, Bruder?